Wir sind heute hier auf dem zweiten OER-Camp Köln, Camp für freie Bildungsmaterialien. Man meldet sich an, man kommt hierher, man weiß noch nicht so richtig, was einen erwartet. Der Plan dessen, was heute hier stattfindet, der entsteht erst am Tag selbst, und zwar durch die Teilnehmer, die in dem Moment eher zu Teilgebern werden. Ich fand sie eigentlich richtig gut, ich bin allerdings auch ein Wiederholungstäter. Das ist jetzt schon mein drittes oder viertes OER-Camp, das ich besuche. Ich kenne einfach sehr viele Leute hier und alle denken über gute Bildung nach und das tue ich auch. Und daher muss ich sagen, es gab da eine ganze Menge Anregungen. Hier in Köln kann ich ganz exemplarisch sehen, wie die Entwicklung in diesen zwölf Monaten doch Riesenschritte vorangegangen ist, wenn mittlerweile hier Leute aus den entscheidungstragenden Ämtern auftreten und sagen, wir wollen erstens eine ganz starke Offensive in Richtung Digitalisierung mit WLAN und Tablets. Wir machen zum zweiten Mal in Folge ein OER-Barcamp hier in Köln, bei dem der höchste politische Beamte dieser Stadt die Eröffnung macht. Da ist eine ganz große Dynamik reingekommen. Wo das hinlaufen wird, das ist noch nicht ganz klar. Was klar ist, wir können mit Schulbüchern gut leben, wir können mit OER gut leben. Hier ist die Frage im Augenblick eher, wie wird mit Digitalisierung umgegangen, mit den Themen Sharing umgegangen. Das ist ja etwas, was im gegenwärtigen Modell überhaupt nicht funktioniert. Bei uns in Deutschland ist es eher so, die Frage rund ums Copyright und dem Bedürfnis auch von Lehrerinnen und Lehrern, mit Material arbeiten zu können, es eben nicht nur vorgesetzt zu bekommen, um eins zu eins damit zu arbeiten, sondern es auch anpassen zu können an Einzellerngruppen. Also das sind für mich nochmal unterschiedliche Sichtweisen auf diesen ganzen Komplex. Ja, der Tag ist zu Ende. Das war die letzte Anzahlung im Prinzip. Ja, genau. Wir müssen zum Bildungskölsch. Wir müssen zum Bildungskölsch. Und deswegen winken wir mal noch kurz ins Publikum. Tschüss. Tschüss. Tschüss.